Ich weiß nicht, dass du mir diese Klöpfe von dir zugeschickt hast, weil einer klemmt gerade in der Tür und hält quasi die Tür offen, weil ich habe hinten meine Balkontür offen und hier und dann kann hier so ein Windzug durchgehen, dann knallt die Tür mal gegen diesen Bassi-DRG-Kopf, aber you win some, you lose some, weißt du? Passiert. Oh Gott. So, jetzt ist vorbei, ich zieh Socken aus. Oh mein Gott, eigentlich guter Call.